Der Thule Yep Next Maxi, das ist schon mal ein komplizierter Name für einen Kinderfahrradsitz. Er soll aber ganz im Gegenteil sehr unkompliziert im Handling sein. Ob das stimmt, checken wir jetzt im Video. Und wenn wir ihn ausgepackt haben, merken wir auch schon, sehr leicht ist er, wiegt gerade einmal 3 Kilo, wirkt aber dennoch wertig und stabil. Die Schale ist hart und er hat noch so eine Polzung hier unten. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Und warum hier ein bzw. zwei Schlüssel noch dabei sind, das klären wir auch gleich im Anschluss. Schauen wir uns zuerst aber mal den Sitz einfach ein bisschen genauer an. Die Materialien sind allesamt wasserabweisend und damit ist er ziemlich leicht zu reinigen. Hier sammeln sich keine großen Pfützen oder irgendwie sowas. Es gibt aber für den Fall der Fälle auch noch eine separat erhältliche Regenabdeckung. Dieses Plastikteil, was wir unten sehen, das ist die Basis. Die kommt auf den Gepäckträger, wie wir hier schon sehen. Und wie genau das passiert, das klären wir gleich. Für die Füße gibt es unten noch diese beiden Ablagen. Die sind nochmal in der Höhe verstellbar. Außerdem kann man noch diese Riemen schließen, um die Füße sicher zu fixieren. Darüber befindet sich dann die Sitzschale an sich und darin auch noch das Gurtsystem, das wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Zunächst gibt es dabei zwei Optionen, die Gurte in der Höhe anzubringen. Je nach Größe des Kindes fädelt man sie oben oder unten durch, beziehungsweise es ist mehr ein Klicken, was man mit diesen Plastikteilen macht. Das ist ganz gut gelöst. Es sollte, wie wir hier sehen, etwa auf der Höhe der Schulter des Kindes sein. Das Verschlusssystem an sich finde ich ziemlich genial. Die beiden Gurte werden, nachdem das Kind die Arme dadurch gemacht hat, einfach magnetisch angedockt. Man muss nur in die Nähe kommen und zack hält das Ganze. Und zwar bombenfest, wie wir hier sehen. Die Weite der Gurte kann man dann einstellen, wenn das Kind drin sitzt. Das fand ich am einfachsten. Also einfach so dran ziehen und dann wird es schön fest. Magnetisch zumachen also und dann ist es fest. Das klingt irgendwie komisch, aber um es wieder aufzumachen, das ist nicht einfach nur mit einem Magnet dran. Nein, man muss da folgenden Trick beachten. Man drückt diesen Schieber hier nach innen rein, schiebt ihn dann rechts einfach weg zur Seite und hat dann wieder nur noch den Magnetismus der Teile, der sie zusammenhält. Man kann es also ganz leicht abmachen. Das wird kein Kind jemals von sich aus während der Fahrt aufmachen. Und wenn doch, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Genie oder Ingenieur-to-be geboren. Aber im Ernst, das wirkt schon alles sehr, sehr safe hier. So, jetzt haben wir uns den Sitz im Detail angeschaut. Bleibt nur noch die Frage, wann kommen wir endlich zur Montage? Was braucht man? Welches Werkzeug? Naja, ich habe das extra an den Schluss gemacht, denn die Montage ist eigentlich nicht der Rede wert und geht super easy. Um das nachvollziehen zu können, schauen wir einfach mal unter den Sitz und sehen dort hier so vier Klammern an den Seiten. Und die klammern sich auch wirklich am Gepäckträger fest. In der Theorie war es das auch schon. Hier kommt jetzt auch der Schlüssel zum Einsatz, den wir eben gesehen haben. Denn um die Klammern zu lösen, braucht man den. Man muss aufschließen und ihn reindrücken und dann kann man es eben aufdrehen. Das schützt euch später vor Dieben, denn die werden die Klammern, die sich an euren Gepäckträger klammern, ohne Schlüssel nicht gespreizt und den Sitz somit auch nicht abbekommen. Und so drehen wir also die Klammern auf, bis sie weit genug gespreizt sind, damit das Ganze auf den Gepäckträger passt. Festgezurrt wird es, ihr ahnt es, indem man den Knopf einfach anders herumdreht. Dafür braucht man den Schlüssel nicht. Man kann jetzt quasi abschließen und wenn es nicht mehr weitergeht, seid ihr auch schon am Ziel und der Sitz ist auch schon fest. Zusätzliche Sicherheit bietet euch nochmal diese Schlaufe hier, die man da um den Sattel oder um die Stange drum machen sollte. Demontage, wie gesagt, einfach in die andere Richtung, wenn man aufgeschlossen hat und das ist auch einer der ganz großen Vorteile. Es geht einfach super schnell alles. Wer sein Rad zum Beispiel die Woche über zum Pendeln benutzt, damit auf die Arbeit fährt und das eher am Wochenende für Ausflüge mit den Kindern braucht, muss eben nicht dauerhaft mit dem Sitz hinten drauf rumfahren, wenn man ihn einfach in 30 Sekunden montiert und demontiert bekommt. Kommen wir mal zum zweitwichtigsten. Wie sitzt das Kind eigentlich? Ich habe bisher keine Klagen gehört. Im Gegenteil, es sieht bequem aus und auch über längere Strecken waren Fahrer und die kleine Beifahrerin sehr zufrieden damit. Das Fahrgefühl wird natürlich ein bisschen beeinflusst, nicht viel, aber das ist halt immer so, egal mit welchem Sitz man unterwegs ist. Und das Wichtigste nach der Position des Sitzens ist natürlich die Sicherheit. Gut, einen Unfall hatte ich damit jetzt glücklicherweise nicht, aber dafür gibt es ja Testurteile. Und da hat er sowohl in einigen Testberichten gute Wertungen erzielt, als natürlich auch das GS und das TÜV-Siegel erhalten. Der Reflektor hinten ist natürlich Standard, aber trotzdem zu erwähnen, der ist mit an Bord. Darüber hinaus hat er auch noch ein paar Designpreise gewonnen. Also, für mich ist der Thule Jeb Next Maxi, abgesehen von dem komplizierten Namen, ein super Kindersitz fürs Fahrrad. Die Vorteile sind, dass er so einfach zu montieren und zu demontieren ist. Er ist sehr leicht, bequem und sieht darüber hinaus, finde ich, einfach auch noch gut aus. Wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, dann rein in die Kommentare. Denkt ans Abonnieren. Ich für meinen Teil bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. ixeальное Deiner 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 Deiner